Hey ho und willkommen zur No Man's Sky Expedition Nr. 2. Ich hoffe ihr habt Spaß dabei so wie ich auch und dann legen wir auch schon los. So und da sind wir wieder. Schauen wir uns mal an was Sache ist. Was ist denn da böse auf mich? Sei nicht dumm. Ich werde es da wohl hinkriegen dieses Tier zu töten. Weil der natürlich immer erst die Waffe ziehen muss. Das ist doch behindert. Und jetzt passiert. Ist es jetzt. Es ist einfach dispawned. Es ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Okay. Wie läuft das jetzt mit diesem guten Gerät? Bewegen. Stapeln. Kann damit nichts machen. Muss ich mit dir interagieren? Okay. Ah hier. Dosimeter-Messung für Nada durchführen. Historiografische Barriereausfall entdeckt. Flussfrequenz wird dekodiert. Übersetzung folgt. Die Geburt der Sterne. Die Geburt der Geschichte. Das selbe Material. Die selbe Sprache. Anzeige abschließen. Okay. Okay. Interessant. Jetzt brauche ich nur mehr davon. Natürlich ein bisschen. Ein bisschen doof ist das schon. Ich glaube nicht, dass das hier zählt. Aber ich schau trotzdem mal. Okay. Na? Na? Nope. Zählt nicht. Aber. Kann den ja machen. Na Hühnchen. Was? Ein Hühnchen. Was? Ein Hühnchen. Au. Das war so nicht geplant. Produkt hergestellt. Wo bist du Hühnchen? Hühnchen. Wo ist der Gockel hin? Hühnchen. Hühnchen ist meins. Okay. Okay. So weit. So gut. Oho. Bekomme ich hier zufällig, was ich suche? Ich glaube nicht. Navigationsfahrten habt ihr hier glaube ich nicht. Sowas verkauft ihr nicht. Ihr seid die miese Art. So. Ähm. Ja. Das ist das alles. Hallo. Ja. Äh. Baupläne interessieren mich nicht. Komponenten könnten interessant sein, wenn du das Richtige besitzt. Geborgene Daten sind mir egal. Also offensichtlich äh. Gibt's nichts. Lokaler Informationsspeicher. Aha. Na. Harte ausdrucken. Einfach nur Planetenkarte. Okay. Du noch was zu bieten? Ah ja. Du mich auch. So. Ansonsten habt ihr hier nicht wirklich was zu bieten. Kann ich akzeptieren. Das ist eine Stammerplanetenkarte. Zerstörte antike Städte. Da. Okay. Vielleicht zählt die. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht was. Welche Dinger zählen. Ob die alle zählen oder nicht. Bin auf jeden Fall schon mal begeistert, dass es sowas ist. Feindliche Scan entdeckt. Mhm. Du könnt mich scannen so viel ihr wollt. Ja. Muss ein bisschen komisch anfliegen, aber ist schon okay. Okay. So. Gucken wir mal nach. Mhm. 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 Ja. Ich habe mein Ziel erreicht. Soweit so gut. Aber hier gibt es keine Konsole. Das heißt es gibt auch. Ja es gibt halt keine Konsole. Artefaktfragmente und dann gibt es hier irgendwo eine Kiste. Hm. Das ist definitiv nicht das Richtige. Okay. Dann notgedrungen. Ähm. Spring ich weiter. So. Eine Planetenkarte könnte ich zwar noch holen. Aber ich kann auch direkt weiter springen und wenigstens noch die nächste Station durchsuchen. Nach Navigationsdaten und dann ja. Das wird wohl nochmal aufwendig das Ganze. Sonst hat die Planetenkarte teilweise sehr random sind. Was die ausspucken und ich brauche wohl bestimmte Sachen. Was das Ganze schwierig gestalten sollte. Ja. Springe ich darüber. Ist eigentlich Kopie gesprungen oder? So. Da sind wir. Wenn ich eine zweite finde würde mir das jetzt für den ersten Moment reichen. Obwohl ich denke für Polo brauche ich dann ja nochmal welche. Aber für den ersten Moment würde es mir reichen. Denn Startplanet, mein Startplatz, wo ich ja auch eine Base gebaut habe. Kann ich ja hinspringen. Und da ist ja auch so ein Ding. Das könnte ich nutzen als drittes. So. So. Leicht mache ich das auch. Aber erstmal gehen wir hier rein und hoffen, dass wir erstmal ein zweites bekommen. So. Schön, 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 schön. Halt. Erstmal hier drüben gucken. Ja toll, nachladen. Naniten. Naniten. Natürlich Naniten. Was auch sonst. So. Hören wir uns noch die Naniten von hier drüben. Ja. Oder drehen den Stuhl. Oh. Navigationsdaten. Ich bin hier überwältigt. So. Dann der Schiffsdude. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Voran. Dafür ist hier hinten absolut nichts. Ihr seid enttäuschend. Okay. Zwei habe ich jetzt gefunden. Eins hatte ich unterwegs gefunden. Sind dann erstmal drei Karten. Das ist gar nicht so dumm. Ja. Bleib bei drei Karten. Die Chance auf Navigationsdaten ist merklich kleiner geworden. Okay. Holen wir uns mal die drei Kärtchen ab. Hallo. Ich hätte gern ein paar Kärtchen. Wie sieht es bei dir mit Karten für Naniten aus? Ah ja. Ne, die mag ich nicht. Ich hätte gern solche. Verstehst du? Okay. So. Zack. Ah. Fliegen wir mal einen Meter. da. Und dann ballern wir mal so eine Karte raus. Wow. Ah da. Uralte Tafel. Klingt sinnvoll. Fliegen wir mal ein. Muss ja nur so einen Kontaktpunkt haben. Gehe ich mal von aus. Das sind halt diese Grabungsstätten. Die kann man vergessen. Portale kann man vergessen. Obwohl Portale kann man eigentlich nicht vergessen. Ich hätte mal an den Pult gehen sollen von dem Portal. Hm. Tja. Das wäre glaube ich zu ure einfach gewesen. Na egal. Aber ich muss mit irgendwas quatschen können. So wie hier. Hallo. Guten Tag. Ich hätte dich gerne analysiert. Ja. Barriereausfall entdeckt. Dekodiert. Übersetzung folgt. Sechzehn. 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 Zwei von drei. Ach ich krieg Quecksilber dafür. Ist ja lustig. Lass mich raten. Ich habe am Ende 80 Quecksilber. So. Ähm. Rauf ins All. Das ist nur die Frage. Brauche ich wirklich von jeder Rasse eins? Das werde ich glaube ich in Kürze feststellen. Außerirdischer Monolith. Klingt gut. Klingt gut. Reisen wir da mal hin. Was ist denn das für ein hübscher Planet? Eine Terrorsphäre. Wow. Okay. Das ist ein geiler Name. Das klingt. Man spürt förmlich in dem Namen. Und dieses Gefühl von zu Hause. Terrorsphäre. Äh. Landen. So. Bitte auf Aufschlag vorbereiten. Bremsen. Landen. Wo ist das Sprachpult? Ja. Hallo. Guten Tag. Messung durchführen. Messung durchführen. Also ist egal. Dekodiert. Übersetzung folgt. Die selben Muster. Die selben Muster. Entdecker. Skeptiker. Verlassener. Der Reisende. Mein Stand abgeschlossen. Hysterographische Lektion. Na. Das war ja schon mal gut. Das Ding ist aktiviert. Nice. Ich kann nicht nochmal drauf zugreifen. Okay. Das wird dann direkt geschlossen. Das ist interessant. Der Planet ist auch interessant. So. Gesaved. Also. So. Zack. Expeditionsbelonung erhalten. Hysterographische Lektion. 600 Naniten und lebender Schleim. Sehr schön. So. Dann haben wir die nächste Aufgabe. Erhaltet das Mythos-Signal. Mhm. Polo hat ein Mythos-Signal. Das gesammelten historiografischen Daten erstellt. Kehre zu allemal nicht zurück. Um das Mythos-Signal zu erhalten. Auf geht's. So. Kriege ich es jetzt geschenkt? Oder muss ich es tatsächlich? Äh. Naja. Kaufen sage ich mal. Ich habe erst 45 Quecksilber. Das ist zu wenig. So. So. Kein Mensch hier. Und ich muss mal wieder am weitest entferntesten Punkt landen. Wundervoll ist das. Einfach wundervoll. So. Polo. Gib her, was du für mich hast. Hi, mein Freund. Äh. Ich erinnere mich ja. Mhm. Ist jetzt doof. Ah ja. Vom Quecksilber-Synthese-Begleiter. Mhm. Ist der nette Typ. Der Haken an der Sache ist. Nachteil ist an der Sache, dass dieses Mythos-Signal 80 Quecksilber kostet. So. Das heißt, ich muss jetzt zwangsläufig eine Quecksilber-Mission machen. So. Und jetzt sag mir, dass die nicht totaler Dreck ist. Ein Außenposten errichten. Du willst mich doch in den Hintern treten. Ich sag's mal ganz lieb. Okay. Schön, dass die so doof sind. Die schenken dir zwar Quecksilber, aber nur 15 pro Ding. Und nur drei musst du sammeln. Toll. Ja. Mhm. Das ist so mies. Das ist so mies. Dann zwingen die dich in eine Random-Mission. Und dann stehe ich natürlich hier. Und krieg Errichter einen Außenpost. Ich hab ja nicht mal eine Wahl. So. Ja, du mich auch. Zuhause ist es am schönsten. Ja, von mir aus. Mann, 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 Mann. Wenn mir jetzt noch die Teile dazu fehlen, um das zu machen, dann krieg ich ein Kram. Wo soll ich hin? Da soll ich hin. Ja. Das ist ja egal wo. So, baue Basiscomputer. Erstmal ein Stück vom Schiff weg, damit das Schiff jetzt nicht stört. So, Basiscomputer, da. Echt jetzt, baue Biokuppelraum, okay. Ich kann ihn bauen. Ja, fünf Glas und magnetisiertes Ferrit, ne? Ist klar. Verstehe ich. Ich brauche fünf Glas. Das heißt, ich brauche Silikatpulver, was ich nicht mithabe. Magnetisiertes Ferrit. Brauche ich auch? Brauche ich dann bestimmt noch mehr Glas. Für die Türen und das alles. Boah. Das bricht mich dezent an. Ja, hier reicht. Hab einen Anzug. Ab hinten rein. Ähm. Darüber kann ich gerade nicht zugreifen. Und da ist das Silikat. Alles klar. Das heißt. Ich mache jetzt den hier. Dumpdi-Dump, 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 Dumpdi-Dump. So macht man Löcher. So macht man Löcher. Computer. Da. Dann, ach nee. Schmeißen wir das Silikat hier rein. Und während das Silikat hier umgewandelt wird, ähm, machen wir mal hier ein Folgenende und sehen uns in der nächsten Folge, während ich hier, äh, gigantisch tolle Sachen mache. Also, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.